Beatrice ist unzufrieden. Seit der Geburt ihres sechsjährigen Sohnes hat sie Übergewicht. Ihre alte Jeans mit Größe 40 passt nicht mehr. Jetzt trägt Beatrice Größe 44. Ich habe schon viel ausprobiert. Trennkost, eiweißreiche Ernährung. Aber entweder ich habe einen Jojo-Effekt oder es geht gar nichts und habe auch sehr viel Cellulitis. Und das soll sich jetzt ändern mit dem Body Styler Slim Yonic. Abnehmen nur durch Liegen. Das klingt natürlich sehr verlockend. Im Liegen abnehmen und dabei entspannen und sich nicht jeden Tag zum Motivieren rauszugehen. Beatrice geht in eine Praxis für Körperbehandlungen. Dort misst die Expertin zunächst die Körpermaße und die 30-Jährige stellt sich auf die Waage. 74,1 Kilo ist also das Startgewicht bei einer Körpergröße von 1,60 Meter. Der Umfang der Oberschenkel beträgt 63 Zentimeter, der Bauch misst 97 Zentimeter und bei der Taille sind es 82 Zentimeter. Dann startet die erste Behandlung. Die Dauer rund 40 Minuten bei einem Preis von 25 Euro. Also gar nicht so teuer. Ich spüre einen Druck, tut aber nicht weh. Es kribbelt so in den Beinen und im Bauch. Aber angenehm. Man könnte denken, es tut sich schon was. Der Slim Yonic besteht aus 24 Kammern und arbeitet mit Druckwellen, die die Lymphe aktivieren und den Körper so entschlacken. Der ganze Körper wird wieder aktiver. Die Cellulitis-Bällchen, also diese vollgesagten Fettzellen, werden verkleinert. Und wenn wir das diätisch unterstützen, einfach schnell abgebaut. Die Expertin verspricht, nach zwölf Anwendungen hat Beatrice wieder zwei Kleidergrößen weniger. Der Zwischenstand nach sechs Behandlungen. Beatrice wiegt jetzt 72 Kilo. Das sind schon über zwei Kilo weniger als am Anfang. Auch bei den Maßen hat sich was getan. Überall ist der Umfang geringer. Sogar die Cellulite ist schon weniger. Ich bin sehr zufrieden. Es hat sich gelohnt. Doch wie sieht es nach zwölf Behandlungen aus? Geht der Erfolg einfach so weiter? Beim Gewicht hat sich nicht mehr so viel getan. 71 Kilo. Der Oberschenkelumfang beträgt jetzt 56 Zentimeter. Beim Bauch sind es 87 Zentimeter und bei der Taille 74 Zentimeter. Ich bin ganz begeistert. Die Silhouette hat sich total verändert. Es sind zwar nur drei Kilo, aber im Gesamtergebnis kommt es mir viel mehr vor. Und was macht die Cellulite? Eine Hautärztin macht den Vorher-Nachher-Vergleich. Es gibt eine Gradanteilung in dem Bereich der Cellulite. Also da ist sie sicherlich jetzt in Grad 1 bis 2, also minimals. Unser Fazit also. Beatrice hat im Liegen drei Kilo abgenommen. Ihre Maße sind deutlich verringert. Die Cellulite fast verschwunden. Und das, obwohl sie keinen Sport gemacht hat. Der Slim Yoniq funktioniert also tatsächlich. Beatrice passt nach nur sechs Wochen wieder in ihre alte Jeans mit Größe 40.